herzlich willkommen zurück zu minecraft wir sind jetzt gerade hier unten dabei beschäftigt hier den keller zu bauen und zwar müssen wir wenn hier jetzt die schienen die kommen hier fangen sie an dann gehen sie hier nach unten also haben wir den tollen weg nach unten jetzt kommt er schon wieder in gothic leads ich brauche mehr lieder hier kommt dann eine geschwindigkeitsschiene hin ich glaube jetzt kann ich schon gerade ausbauen kann hier mal ganz kurz welche machen baue ich immer kurz geradeaus und gehe hier noch mal zwei nach unten und jetzt gehen wir mal wieder ein bisschen geradeaus jetzt wieder licht hier noch mal drunter ich angst habe das ist hier gleich ach hier sind wir diablo oh perfekt perfekte höhe da so den schachbaum aber irgendwann mal aus also noch nicht jetzt welcher wahnsinnig wenn ich da jetzt noch mehr bin ich baue da jetzt schon mal schienen rein wir werden ihn dann später vergrößern einmal richtig krass vergrößern und die breite und dann werden wir das lassen wir mal da und dann werden wir auch den boden und alles das hat alles gleich aussieht aber das machen wir jetzt nichts sondern dann bitte wir verlegen jetzt einfach schon mal schienen oder kraften uns schienen mal ganz kurz kraften uns schienen wie gehen denn die 6 redstone gold alles klar und die normalen schienen ok nehme ich dich mal dich dich die kohle und das gold rein 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 da Das ist falsch. So. Antriebsschiene. 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 Und hier hin. Antriebsschiene. Antriebsschiene. Antriebsschiene hier. Antriebsschiene. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das hier so geht. Ups. Jetzt aber. Hoppala. Bohnen fertig. Ups. Pflanzen wir gleich wieder ein. Oh, okay. So, dann können wir hier gleich wieder ernten. Und aus dieser Ernte hier werden wir jetzt einmal komplett Sam raus machen. Dann werde ich für die nächste Aufnahmesession auf jeden Fall, ähm, ja, Liedermach reinsetzen, die Playlist. Guck mal her. Guck mal her. Guck mal her. Guck mal her. Hopp. Hopp. Guck mal her. Nimm mal mit. Guck mal her. Nee, hier ist der Ausgang. Oh, jawohl. Wir haben hier so viel Müll. Ja, wirklich. So viel Müll. So viel Müll. Oh Right Antriebsschiene 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 Dann kommt hier eine hin Ja Und hier eine So Und hier erstmal wieder Licht hin Ja Langsam wiederholt sich echt ziemlich oft die Musik Machen wir mal das nächste So Plopp Antrieb 2 3 4 Antrieb 1 2 3 4 Das geht so nicht Oh Wie machen wir denn das? So Das machen wir jetzt ganz ausgeklügelt Das machen wir jetzt sehr ausgeklügelt Äh Auch nicht Überaus kompliziert Hui Einmal die Drehung Moment Ähm Hier ist Antrieb Ähm Hier ist Antrieb Okay Das Schien System hat ein paar Mängel Die wir aber dann im späteren Verlauf ausmerzen werden Dann stellen wir es mir dann hier Hier geht es dann nur noch gerade nach unten Machen wir das hier gleich anders Das Da Oh Mann So Jawohl Jawohl Kurve So Brauchen wir hier nur eine Antriebsschiene Brauchen wir hier eine Antriebsschiene hin So Antrieb Ja Antrieb Antrieb So So Vier Fünf Zack Eins Zwei Backel Zack Dann machen wir hier So Boah Antrieb Und Weg Dann sind wir schon hier unten Dior OH good Gut Dann hören wir hier auch mit der Folge auf Jetzt sind wir schon hier unten Und dann sehen wir uns in der nächsten wieder Also Tschüss Bis zum nächsten Mal Li Li Bis zum nächsten Mal.